Musik Und, hast du was? Ich hab wieder Kohle. Ich meine, ist ja ganz geil, hier so ein bisschen Kohle zu finden, aber eine Höhle wäre mir trotzdem lieber. Kommt dort unten was? Nein, noch nein. Panner. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Ich kann's ja auch mit Stein machen. Scheiße, wie ging das hier auch da? Da, jetzt ein schlechter Witz. Warte los. Ey! Jetzt muss ich das scheiß Loch hinzufüllen, dass ich hoch kann. Nein! Spring mit. Warte auf drei, eins, zwei, drei. Warte. Danke, ich bin gleich tot. Komm auf jetzt. Probier weiter mit springen. Warte, ich hab noch eine bessere Idee. Komm auf! Komm mal runter wieder. Warum schnitt wieder mein Minecraft ab? Oh, Keule. Oh, wie hasse ich das Teil zur Seite. So, und ich bin raus. Hast du mich eingebuddelt? Ja, nur ein Stück. Aber so kam ich wenigstens raus. Komm hoch jetzt, ey. So. Jetzt bin ich wieder da. Hm, toll, ich wieder. Das ist ein Sack, ey. Baust du wenigstens unter dir wieder ab? Wie denn? Aber ich... Mein Minecraft... Warum kann das Teil einfach mal einmal flüssig laufen? Tja, da ist wohl doch ein neuer Rechner. Fällig. Ja, sowieso. Oh, jetzt nimmt der auch noch Stein. Ein Sporfern jetzt, ey. Du hängst in der Luft. Wie schon gesagt. Nicht so aggressiv. Ich hab da nur gesagt, wie schon gesagt. Du haust aber auf deiner Maus rum. Das höre ich bis rüber. Jetzt höre ich auf meiner Maus rum. Dann hört's eindeutig. Ruf dir Minecraft. Hab ich da... Ach so, stimmt. Scheiße! Was ist denn los? Hab ich vergessen. Du warst trotzdem der letzte von uns allen. Ich nehm jetzt den SP. Der funktioniert manchmal besser. Oh, Sandstein. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Jöbel. Das war sarkastisch gemeint. Prost! Die Festplatte liegt schon wieder so phänomenal da. Nein! Wo bist du? Ich bin ein Stück rein in den Dschungel. Wenn du dort rein bist, da kommt dann irgendwann so ein See innerhalb des Dschungels. Und da ist irgendwo in einer höher gelegene Sandfläche und dort bin ich. Gott, es gibt ja auch keine Hüllen, na? Also ich bin hier kurz vorm Ausflippen. Bin ich nicht trotzdem, ne? Ich komm wieder hoch. Ach, du hast dich runtergebeutelt. Jo. Es ist doch zum Kreizen hier. So macht's Zocken echt keinen Bock. Oh, muss das sein. Du Arschloch. Ist doch keine anderen Probleme. Such du lieber mal mit nach Höhlen. Martin! Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Du hast einen Pfeil im Fuß stecken. Hätte ich mir denken können. Nö, stimmt gar nicht. Wenn du stehst, sieht man den unten nur beim Laufen. Stimmt. Ey, das kotzt mich grad an. Mit den Höhlen? Ja. Warte, ich hab noch ne Idee, in welche Richtung wir gehen könnten. Huch. Jetzt bin ich hier in eine reingefallen. Ach, fisch dich doch einfach mal vor meine Experience Alter. Eisen! Jo, ich Kohle. Licht! Du hast Fackeln. Nö. Doch, hab ich dir gegeben. Stimmt, hab's ja grad auch gesehen. Hab's bloß gekonnt, ignoriert. Welches Level bist du? Zehn. Genau. Ich bin nur sieben. Boah, jetzt gibt's hier wieder nur so eine Small-Hüllen. Ja, hier hört's so schön wieder auf. Doch, bei mir geht's ja im Kreis. Ist doch zum Aus-der-Haut-Fahren, ey. Ah, hier war er noch nicht. Hier liegt noch die Kohle rum. Hier warst du noch nicht, hier liegt immer eine Kohle rum. Ich muss auch ab und zu something else haben. Ich hab schon eins gemacht. Gehört? Kann sein. Da hab ich eins gemacht, wo du ein Pfeil im Fuß stecken hast. Ja. Das ist gut. Muss ich aber mal gucken, ob's geworden ist. Hier hinten ist reichlich Kohle. Jo, hier auch. Also Kohle nach der sogenannten Höhlentour ist eigentlich erstmal gut. Mit ein bisschen Eisen hab ich auch und da geht's. Na, da war's zumindest nicht ganz umsonst. Weißt du, dass bis 27 schon hochgeladen ist? Ja. Hätte ich mitgekriegt. Mal gucken, ob ich die 28 Scheidner hochkrieg. Welches Level bist du denn jetzt? Zehn. Zwölf. Hier vorne ist ja immer noch Kohle. Ich glaub, hier sind noch mehr Höhlen. Ich wär schon, wenn du erst mal ne Facke setzt. Nehm dir deine Scheiß-Experience ne weg. Oh, jetzt kommt, der Film kommt schon zum tausendsten Mal im Fernsehen, ey. Welcher? Fantastische Vier. Wo? Oh, wo sieben. Ich hab den mir noch nie wirklich reingezogen. Hast du nicht viel verpasst. Ist das nicht mit den, mit den, mit den Leuten, die verschiedene Fähigkeiten haben? Ja. Dieser Steintyp und so im Dreck. Ja. Na, dann brauch ich mich nicht angucken. Komm, wir gehen mal weiter. Jo. Jetzt hab ich aber so bissl die Orientierung verloren. Ich auch, aber gib einfach ne Richtung vor. Gib ne Richtung vor, hieß mit mir. Ich seh dich grad gar nicht. Ne, weil ich grad dachte, ich hab ne Höhle gefunden. Irgend, ah, dort. Jo, hier geht's zum Haus wieder. Ich würd denken, erstmal Ware sichern, Penn gehen und in ne andere Richtung nochmal gehen. Ich würd sagen, Richtung Strandhaus. Dort in die. Viel lustiger ist der Film nie wie das Hex mit der Ex. Der Film ist vier. Äh, den hab ich noch nie gesehen. Den musst du mal irgendwann mal bei Gelegenheit reinziehen. Ich fand's ihn lustig. Also, nur lustig. Ich fand ihn nicht zum Brüllen, aber lustig. So, alles das, was wir nimmer brauchen, das kann hier rein. Wie viel Fackeln hast du nur noch einstecken? 19. Dürfte eigentlich noch reichen. Wo haben wir eigentlich 26 Gold her? Stimmt aus Höhen. Ich glaub, wir haben sogar schon mal nen Sandtempel gefunden. Bist du, bist du, wo bist du? Ja drüben. Jo, packst du das Zeug raus, was du nimmer brauchst und dann geh mal weiter. Mach die Türe zu, sonst haut uns ne Kuh ab. Böse aus, Simon. Boah, konne, das ist jetzt nicht dein Ernst. War nur 12 Level. Boah, du hässst hier Drecks aus, waren 13. Du kleiner Perner, hast du nichts Bestes zu tun, als mir die Scheiß-Experience zu klauen. Ne. Alter, vierig, reißt den Kopf ab. Offen zu sagen, Simon, Minecraft läuft nicht besser. Es reicht, Simon. Jetzt häng ich wieder. Hör mal auf jetzt, Simon. Ich lieg im Bett. Oh, ich hasse ich scheiß Minecraft. Kunne, dann update, dann, dann hol dir ein neues Update oder so. Naja, der Server ist ne aktuell. Ja, gibt's glaub ich noch nie. Wie viele Minuten haben wir denn eigentlich schon aufgenommen? Halbe Stunde. Können wir da erstmal einen Cut machen? Wieso? Da guck ich mal, was hier nirgends läuft und... Können wir machen. Gut. Ja, das waren Folge 29 und 30. Und ich würde sagen, dadurch, dass jetzt Martins Dings abspackt, machen wir mal einen Cut. Wir beenden kurz alles. Ich guck mir das an. Und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Sagst du wenigstens, dann tschüss. Ciao. Ciao.